Alles klar mit den genutzten Schnapps, in Achtung, auf jeden Fall! So, da wären wir! Willst du ins Zelt? Oder holen wir uns im Ahrbrot? Was bist denn so schlecht drauf? Brauchst du erstens mal einen Schnaps zum Warnbären! Schnaps! Ei, was siehst du so aus? Warte mal! Ei! Was schmeckt denn bei euch? Am besten! Nebelwoi! Hast du Bock? Medaille uns ein Bembel, ein eiskalte, Shake gespritzt! Wie sieht's aus? Jawohl! Ei, mein Geld reicht nur für eine Brotwurst! Ja! 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 Ja!